Wenn man dann mit ein paar Pappis zusammen ist, ja, ich bin ein Soldat, als normal würde ich mich sowieso nie bezeichnen, aber auch ohne Maske. Wie ein Hund streichen, ganz in den Nacken streichen, einfach wie ein Hund streichen. 14 Masken. Der Pappfetisch, der ist grenzenlos. Nein, wirklich jetzt? Aber wärst du denn dazu bereit? Also die Maske... Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Format, wie ist das? Mein Name ist Leeroy und heute habe ich mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Heute treffen wir zwei Männer, die den Fetisch haben, sich als Hunde zu verkleiden und sich auch so zu benehmen. Ich würde sie fragen, wie sie auf... Brrm, brrm, Appatsche bleibt gleich. Brrm, brrm. Ich werde sie fragen, wie sie auf die Idee kam, solche Hundemasken anzuziehen, ob Human Pet Play automatisch etwas Sexuelles bedeutet und wie Menschen darauf reagieren, wenn sie auf ihren Knien durch die Stadt krabbeln. Zu diesem Video ist jetzt auf meinem anderen Kanal eine Reaction online. Das heißt, wenn euch diese Hintergrundinfos, wie dieser Dreh war und wie ich mich vielleicht auch dabei gefühlt habe, wenn das Ganze euch interessiert, dann schaut mal in der Beschreibung vorbei. Aber bevor es losgeht mit diesem Video, kommen wir jetzt erstmal zum Faktencheck. Unter Pet Play, Animal Play und Sumimik versteht man ein erotisches Rollenspiel. Darin nimmt mindestens ein Partner die Rolle des Tieres an. Papp Play ist ein Lebensstil und gilt als BDSM-Fetisch. Nicht zum Pet Play gehört der Umgang mit echten Tieren, der auch als Sodomie oder Sophylee bezeichnet wird. Die bekanntesten Spielarten sind das Pony Play, Pferde spielen und das Dog Play, Hundespielen, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das war es jetzt mit dem Faktencheck. Schaut euch dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende an, denn dort zieht einer von den beiden seine Maske aus. Und wenn euch diese Videos hier gefallen und ihr mich unterstützen wollt, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu aktivieren, denn hier ist auch wieder die Statistik eingeblendet. Sieht man sie? Sieht man das? Ja, sieht man. 73% von euch haben diesen Kanal noch nicht abonniert, aber ihr schaut doch diese Videos, also tut mir doch den Gefallen. Aktiviert diesen Kanal, abonniert die Glocke und ich würde sagen, wir haben genug geredet. Wir gehen jetzt los und treffen Tali und Dexter. Hallo, hallo, hallo. Hi, grüß euch. Hi. Alles gut? Hi, hi, hi. Wollt ihr euch kurz vorstellen für die Zuschauer, die euch vielleicht noch gar nicht kennen? Ja. Wolltest du anfangen? Ich bin der Papp Dexter, hier aus Köln. Und ich bin Papp Tali, auch aus Köln. Und ich bin zurzeit Pappi Germany 2019. Ach, deshalb hast du das? Deswegen habe ich auch diese tolle Scherpe, genau. Okay. Ihr macht mich sprachlos, das ist ein ganz besonderes Video für mich. Ich habe noch nie jemanden so verkleidet dabei gehabt. Und ihr habt ein ganz besonderes Hobby. Und ich würde unheimlich gerne mehr darüber erfahren. Ich denke, die Zuschauer zu Hause auch. Und ich habe einige Fragen vorbereitet. Und ihr müsst natürlich nichts beantworten, wenn es Sachen gibt, die einfach nicht okay sind. Ja, aber sag das gerne so. Und ansonsten würde ich jetzt einfach anfangen, wenn ihr bereit seid. Go, go, go. Ich habe es so verstanden, du wirst heute reden und du bist ein bisschen moralischer Beistand, ne? Oh. Ja, Knuddelbeistand. Okay, Knuddelbeistand. Was genau seid ihr? Also, was macht ihr? Ja, wir sind Pappis. Also, wir sind Papp-Fetisch-Player oder Pet-Player. Ja, das heißt, wir versuchen uns in die Rolle und in die Gefühle von einem kleinen Hundewelpen hineinzudenken. Und ja, das funktioniert mal mehr, mal weniger. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und er will jetzt die ganze Zeit schmusen, ne? Ja. Ja, kuscheln gehört immer dazu, ne? Okay, das heißt, ihr seid Hundewelpen. Und das seid ihr fulltime? Oder macht ihr das nur, wenn ihr jetzt gerade lustig seid? Es ist halt unterschiedlich. Also, manche, die können es tatsächlich 24-7 durchziehen, wenn es der Beruf auch zulässt. Und für mich ist es eher so ein bisschen, um von dem Alltag Abstand zu nehmen und, ähm, halt praktisch halt. Okay, der Nick zustimmt, okay. Was machst du in deinem Alltag? Was ist eigentlich so dein Ding? Äh, ja, ich bin Soldat. Na, doch. Wuff, wuff. Nein! Ja, doch. Ja, und meine Vorgesetzten wissen es auch, also, dass ich, äh, Petplayer bin und dass ich, äh, den Fetisch halt auslebe. Was sagen deine, deine Mitsoldaten dazu? Wissen die das? Äh, ja, also manche schon, manche nein. Ähm, wie gesagt, also, ich, ich häng das jetzt nicht so groß an die Glocke so hier und renn da irgendwie mit der Maske rum. Weil für mich ist es halt, das eine ist mein Beruf, das andere ist mein Privatleben und dementsprechend ist mir das, äh, ja, nicht wurscht, was. Ich denke aber, naja. Okay. Jeder darf ja machen, was im Privaten, was er will. Ich bin zu 100 Prozent bei dir. Das sag ich euch offen, ich find's komplett skurril, also so ausgefallen, also so ein, aber es ist halt auch ein Hobby, so wie, wie, wie viele anderen auch und bei euch ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ihr das ja auch sehr viel Zeit in eurem, also, das ist ja so eine, so eine zweite Persönlichkeit vielleicht, kann man das so? Ja, es ist ein bisschen eine Rolle, es kommt ja ursprünglich, kam es ja aus dem, ähm, BDSM, also dem Bondage- und, ähm, Sadomaso-Fetisch-Bereich. Also hat's auch was Sexuelles? Sexuelles, ja, also für manche ja, für manche nein. Wie ist es bei dir? Also bei mir ist es auf jeden Fall was Sexuelles auch mit dabei, also da komm ich auch ursprünglich hier. Für dich auf gar keinen Fall? Das ist bei mir halt schon sehr, sehr lange her, wo ich in die Padplay-Schiene reingerutscht, also reingerutscht, reingekommen bin. Man hat, ähm, in den BDSM-Clubs, dieses, äh, hast bestimmt schon mal gehört, Master Slave. Ja, 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 der Meister und der, der Skull. Genau, und, ähm, da gab's halt, ähm, dieses, ich sag jetzt mal, diesen, diesen Bereich, dass man halt auch, ähm, als Herrchen und als Doggy so ein bisschen diese Beziehung aufgebaut hat, ne? Und der Hund hat dann auf dem Boden, äh, auf allen Vieren, aus einem Napf sein Getränk, äh, genommen, hat, äh, sich halt dominieren lassen vom Märchen ohne zu mucken, halt wie so ein Hund das halt manchmal auch tut, ne? Dann kam irgendwann so diese Puppi-Szene, so vor zwei, drei Jahren, vier Jahren, ist mir die halt das erste Mal so aufgefallen und da hab ich gesagt, ja, das ist, das ist genau das, was irgendwie gefehlt hat, ähm. so das Denken, das Verhalten und das Fühlen wie nen Hund oder ne Welpe, ähm, das war ja bei mir immer noch irgendwo so da drin, das ist irgendwie, das möchte man dann halt einfach, aber man möchte nicht so dieses extrem Dominante, Dominierende, so dieses Unterwürfige, das möchte man nicht, man möchte einfach, ja, spielen, wuffeln, wie wir so schön sagen. Wuffeln, okay. Ja, sagen wir mal so, umwuffeln. Ich hab jetzt gerade ganz genau zugehört. Nicht, dass ihr das falsch versteht, das ist jetzt kein kleiner Junge unter der Maske, sondern es ist ein erwachsener Mann. Äh, ich würd mal schätzen Mitte 40, ich hab ihn gerade ohne Maske gesehen, Mitte 40, irgendwo da, da in dem Bereich. Ich bin, ich bin 20, 22, so, das ist, äh, für mich, es ist... Ja. Also bei uns, also ich glaub, das fängt die Szene, also wir haben von 16 bis, ich will schon fast sagen Scheintot, haben wir alles dabei. Ja, also in der Pet-Play-Szene ist eigentlich, also, gerade für junge Leute ist, ähm, für junge Schwule ganz besonders, oder, ähm... Das wollte ich noch fragen, seit, 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 du hast gerade von, von, davon geredet, dass du von einem Meister dominiert wurdest. Ähm, ist der Meister ein Mann gewesen oder eine Frau? Ja, ja, ja. Das heißt, du bist auch, auch selber homosexuell? Ja, ich bin homosexuell offen auch, aber, ähm, da muss man aber auch sagen, dass, ähm, gerade der Papi-Fetisch, ähm, oder der Pet-Play-Fetisch allgemein, halt überhaupt gar keinen, ähm, Gender- oder Sexualitätsbezug hat. Also, ursprünglich, klar, kam's aus der, aus der Gay-Szene so heraus, aber inzwischen hat sich das so entwickelt, dass Gender-Free, Age-Free, will ich jetzt mal so in Anführungsstrichen sagen, ne, weil, also, wir machen da so ein bisschen die Grenze Ü16, sagen wir schon, ähm, das, zum Reinschnuppern, viele halt so auch die, die Maske halt auch nutzen, um einfach mal, äh, einfach mal reinzuschnuppern, auch in die Fetisch-Welt, weil, ähm, das ist halt eine gute Gelegenheit, unter einer Maske, versteckt halt ein bisschen in die Gay-Szene oder auch die Fetisch-Szene reinzuschnuppern, ne? Versteh ich total, weil, ja, wir haben auch schon mal eine Folge mit einem, äh, homosexuellen Mann gedreht, äh, die kann ich euch auch mal grade in der Beschreibung verlinken, das ist wirklich superinteressant gewesen, weil er von seinem Aussehen gesprochen hat und wie schwer das ihm gefallen ist, und jetzt beschreibst du, dass diese Maske eventuell die Möglichkeit gibt, leichter in sowas reinzukommen, leichter da auch Anschluss zu finden. Ich hab's jetzt auch grade so verstanden, dass Jugendliche und auch junge Erwachsene euch auch angehen, oder dass du aus der Richtung größere Ablehnung, äh, empfindest. Gab's da irgendwie Situationen, die dich dazu gebracht haben, oder wie kommst du darauf? Ich würd eher sagen, dass so diese Bereitschaft, äh, diese Ablehnung zu zeigen, eher bei, bei Jugendlichen oder jungen, ja, Anwachsenden da ist. Also ich lauf sehr viel, äh, mit der Maske auch durch die Gegend, dementsprechend krieg ich halt, äh, viel Reaktionen auch in der U-Bahn und so, äh, krieg ich halt so diese Reaktionen halt mit. Also oftmals so dieses, erst mal der erste Moment ist so, äh, was ist denn das? Ja. 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 Was geht denn hier, ne? Und dann, wenn man dann mit ein paar Papis zusammen ist, wuff wuff, dann, äh, merkt man schon relativ schnell, dass, äh, dann doch gemerkt wird, okay, da geht's irgendwo um Sexualität oder da geht's um, um nen Fetisch, um irgendwie etwas, ähm, was, ja, nicht Gesellschaftsnorm ist, sag ich jetzt mal, ne? Also normal, als normal würd ich mich sowieso nie bezeichnen, aber auch ohne Maske. Wuff, wuff, wuff. Nein, ich bin definitiv nicht normal, aber ... Wer will schon normal sein? Ja, und wer will schon normal sein? Wo machst du, wo machst du, wo ziehst du die Grenze? Weißt du, das ist, äh ... Kann man gar nicht, oder? Nee, dafür steh ich ja auch immer ein. Wenn mir jemand sagt, ja, du bist nicht ganz normal, dann muss ich halt auch fragen, okay, wie sieht der normal aus? Ganz wichtig ist an der Stelle, ihr könnt euch gerne euer eigenes Bild machen, dafür sind die beiden ja auch, 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 die Leute hier, aber bleibt respektvoll. Die beiden haben das Ganze freiwillig gemacht, die stehen freiwillig hier, so, werden mit Sicherheit auch eure Fragen in den Kommentaren mal noch sich anschauen, das eine oder andere beantworten, aber gerade deshalb nur konstruktiv. Wenn ihr, wenn ihr irgendwas dagegen habt, dann könnt ihr das auch äußern, aber konstruktiv, sodass die beiden was damit anfangen können. Die machen das letztendlich für uns, ganz einfach so, oh, da, sorry, hab ich ... Der will nur gekuschelt und gestreichelt werden. Okay, das heißt, mach ich das so ... Ja, wie ein Hund streichelt. Ach so, wie ein ... Wie ein ... Wie ein Nacken streichelt. Einfach wie ein Hund streichelt. Okay, okay, okay. Das ist, das ist eigentlich das, das Wichtigste, ne? Kekse und streichelt mit Cookies. Puff, puff. Ich hab leider keine Leckerchen dabei, Schnucki. Oh. Ihr redet auch richtig Hundesprache, ne? So ein bisschen, so wie, so wie Herrchen mit einem Hähnchen redet, so ein bisschen, ne? Mhm. Mhm. Ja, ja, wir haben ja auch unsere Herrchen, unsere Händler, wie wir sagen. Echt? Ja, ja. Also, das nennen wir halt bei uns Händler, aus dem Grunde, also man muss sich ja vorstellen, so eine Hundewelpe, die hat noch keine Erziehung genossen, ne? Also, dementsprechend, ähm, macht so viel Blödsinn, die Hundewelpe. Ja. Und wenn die Hundewelpe halt ein Herrchen hat, dann, äh, dann, äh, dann, äh, versucht dieses, dieses Herrchen oder der Händler halt dieses, äh, Papi zu erziehen. Aber das ist nur der Versuch und dann hört das Welpchen halt erst nach, nach drei oder vier Mal der Ermahnung drauf, ne? Aus jetzt. Wurf. Ja, er hat geantwortet, hat, hat geantwortet. Wie kommt's zu diesen Masken? Es sieht jetzt nicht wie ein, wie eine Hundemaske aus auf den ersten Blick. Ihr erinnert mich so ein bisschen an die, an die Power Ranger und das, das so gemixt mit so einer Hundenase. Ihr könnt ja auch selbst mal überlegen, so, wie, wie, wie genau sieht das aus? Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Masken. Mhm. Die sind halt relativ populär geworden, zum einen, weil, ähm, es da eine sehr, sehr günstige Art von gibt, ähm, die man für, äh, ich sag jetzt mal, Petplay-Einsteiger relativ günstig bekommen kann über Amazon. Oder halt, äh, andere asiatische Märkte. Wovon ich von abrate, weil die stinken so extrem nach Gummi. Okay. In ganz Europa gibt's inzwischen, ähm, ich sag jetzt mal, Papi-Szenen, die, ähm, sich vernetzen über die Titelträger zum einen, weil, ähm, die sehen sich ihren Titelträger halt ... Was steht bei dir drauf? Da steht Papi Germany drauf. Okay. Das bedeutet, du bist, äh, Deutschlands, äh, Vorzeigepapi? Vorzeigepapi? Ja, äh, er nickt schon, sehr gut. Na ja. Also, ich bin der, der, der Vertreter. Also, ähm, wir haben, einmal im Jahr haben wir eine Wahl, ähm, zu der wir quasi, ähm, die Community aufrufen, ihren Repräsentanten zu wählen. Also, da kann jeder aus der Community, kann sich bewerben, kann sagen, hey, ich würde jetzt ein Jahr lang, äh, euch vertreten wollen auf CSDs, auf Veranstaltungen, Aids, Galas, etc. Du kniesst ja jetzt auch schon die ganze Zeit, kannst mir vielleicht durch Nicken oder Kopfschütteln signalisieren, ob das jetzt weh tut? Ein bisschen, okay, okay. Gibt's irgendwo Limits? Also, ihr seid jetzt schwul, aber, äh, gibt's da auch andere, andere Geschichten? Habt ihr irgendwo, äh, gibt's irgendwo eine Grenze? Nee, ich glaube, das ist das Schöne, der Pappfetisch, der ist, ähm, grenzenlos. Also, wir haben Heteros, äh, Transsexuelle, äh, Frauen, Mädels, Lesben, also LGBT, THQ, Sternchen und alles, also, alles dabei, äh, von Hetero, ne? Hetero-Wurfelchen und, ähm, auch Handicaps sind, sind kein Problem. Also, wir haben oftmals so Rollerpappis dabei, die einfach im Rollstuhl halt als Pappi mitfahren. Der ist ein Roller, Rollerpappi? Also, ist so ein Begriff, wie ich die nenne, ne? Also, ich, ich, ich wär jetzt mit der Maske welchen Rollerpappi? Dann wärst du ein Rollerpappi für mich, ja. Okay. Das ist also grenzenlos, egal ob dick, ob dünn, ob alt, ob jung, egal ob du, äh, auf Krücken, wir haben auch, äh, ne? Hier der Ding ist der, ähm, Pappi Schweiz zum Beispiel, der Mr. Pappi, bei denen ist es noch ein Mr., ist tatsächlich, äh, auf Krücken unterwegs gewesen, bei seiner Wahl sogar. Also, der, es ist ganz egal, ähm, grenzenfrei. Also, es ist ja wirklich so ein, eher so ein Mental Thing. Also, dass du in deinem Kopf, ja, versuchst, dich da reinzufühlen. Ich find's Hammer. Also, dass das, wenn, wenn da jeder mitmachen kann und es auch niemanden stört, wenn du jetzt was, was ganz Besonderes an dir hast, find ich, find ich genial. Was ist so das, das Schönste? Also, so, ich merk, okay, das Kraulen, das macht, äh, am meisten Spaß, so. Ja. Aber manchmal wackelt die auch so mit den, mit den Händen, ne? Was hat das dann? Wacke? Ja, genau. Genau das. Ja, das ist, äh, ja, so Männchen machen, ne? So, also, es gibt, es gibt auch tatsächlich, äh, ich sag jetzt mal, Pappgier, wo die Pfoten zum Beispiel dann komplett, dass du keine, keine, keine Finger hast, die sind quasi eingesperrt, die Fäuste. Ach, das bildet man so drum? Wie so eine Pfote hast, weil ein Hund hat ja keine Finger. Ja. So, ähm, und das definiert auch jeder für sich selbst, wie, wie tief er in diesen Headspace halt einsteigen will. Habt ihr jetzt auch das, äh, hinter den Ohren so der, der, der beste Bereich ist? Oh ja. Ach, ach. Ach. Nein! Wirklich jetzt? Ach. Oh ja. Ja, das ist so, also, das ist wie bei einer richtigen Welpe, wenn du richtig so, äh, dich reinfühlen und ... Ja, alles gut. Jetzt musst du natürlich weitermachen. Ach so, ach so, weil ich aufgehört hab. Okay. Okay, okay. Nicht vergessen, ne? Das hier ist, das ist immer noch ein Mann, der vorhin einfach die Maske auf... Jetzt ist es ein Papi. Jetzt gerade ist es ein Papi. Sorry. Mit dem Mann hab ich mich gerade eben ganz normal unterhalten. Es ist so, es ist so, bumm, Pletti hat die Maske auf und ich steig ihn hinter dem Ohr hier. Und er ist total, total angetan. Das ist, äh, verrückt. Wirklich. Ja. Und gibt's irgendwie ein festes Outfit, weil du hast so ein bisschen was Ledernes an und, äh, du bist eher so ein bisschen entspannt angezogen. Also, ich lebe einfach Fetisch. Also, es ist auch egal, ob es jetzt Waba ist, ob es jetzt hier so PVC ist oder so. Ich lebe einfach für mich, fühl ich mich halt in den Klamotten wohl und im Alltag, ähm, trag ich halt Fetisch. Also, die Maske ist ein Einstieg, um irgendwo da reinzukommen in diesen Headspace. Aber man braucht auch nicht die Maske unbedingt, um Papi zu sein. Ja. Ich vergesse die Maske ganz oft. Ja, das ist auch immer so schön, ne? Wenn meine, meine, äh, Rewe-Verkäuferin oder Kassiererin dann mal wieder sagt, ach, Tali ist wieder da, ja, weil... So, hä, hä? Ja. Hab ich mal wieder vergessen beim Einkaufen die Maske. Ach so, dann gehst du mit der Maske. Wie ist das? Du kannst doch auch nicht in eine Bank gehen, oder? Das ist das Einzige, wo ich tatsächlich... Aber das ist mir in München auch schon passiert. Also, und dann tatsächlich mal... Wie, 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 alles angegangen. Da war ich in München auf ne Veranstaltung und ich musste noch schnell Geld holen. Und dann bin ich an den Automaten und da hatte tatsächlich ein Mitarbeiter gedacht, oh, jetzt, jetzt haben wir hier Alarm, Alarm, die Wurzeln, warm. Jetzt haben wir hier ne Bankraub. Und dann, dann hat der, also zumindest, da hab ich die Maske ab. Und dann, äh, war aber relativ schnell, also kam keine Polizei oder so. Aber es war schon sehr beeindruckend. Jetzt hab ich aber eine Frage. Und ich hab's eingangs schon mitbekommen. Äh, der Kollege da unten, der wird sich die Maske nicht vom Kopf ziehen. Aber wärst du denn dazu bereit? Also, die Maske... Ja. Also, wie gesagt, also ich brauche... Zum Wurfel-Sein brauche ich sowieso keinen. Keinen, normalerweise klimper ich immer. Aber ich hab heute mein Halsband mal abgelegt. Äh, nee. Also, ich bin einfach ein ganz normaler Typ. Von nebenan, ne? Jetzt könnt ihr mal den Moment sacken lassen. Jetzt seht ihr, wie der Mann unter der Maske aussieht. Bist du jetzt immer noch der Papi, oder? Ja, also, bei mir... Bei mir ist halt das ein Teil der Persönlichkeit. Also, von daher, ähm, ich bin beides. Hättet ihr das erwartet? Also, dass da jetzt ein blonder Mann mit kurzen Haaren, blauen Augen und äh, gepflegtem Bart, äh, neben mir sitzt. Also, ich find's... Ich find's wahnsinnig interessant. Nee, ja, ja. Natürlich, natürlich ein bisschen geschockt so. Aber super auch, dass du jetzt so, ne? So kannst du jetzt immer erkannt werden auf der Straße natürlich auch. Aber, ähm, großen Respekt. Ich glaube nicht, kennen die Leute auch. Ja. In Köln kennen mich schon viele, also... Ja, also von daher wissen... Ach krass, die ist jetzt auch... Die ist ein bisschen warm, ne? So, das merkt man, ne? Ist das schon warm? Ja, die ist ja geschlossen, ne? Also, wie gesagt, das ist jetzt Neopren. Die gibt's aus Leder, die gibt's aus, ähm, Gummi. Also, ähm, in der Form, in Form, ähm, wo hier hinten halt offen ist, damit's nicht ganz so warm ist. Ähm, krasseste sind, wie gesagt, die Metallmasken, ne? Die dann auch richtig, richtig schwer sind. Und dann auch richtig gut ins Geld gehen können. Ach, das Ganze gibt's auch als Metall, okay. Ja, ja. Okay. Und jetzt, jetzt stell ich mir die Frage, äh, weil du eingangs gesagt hast, dass du Soldat bist, das ist, das scheint aber völlig, völlig, äh, reibungslos zu laufen, ne? Ja, wie gesagt, also das eine ist mein Beruf und das andere ist halt mein, mein Privatleben. Ja. Und das trenne ich halt vollkommen voneinander, also, ähm, ich kann nur sagen, dass, ähm, mein ehemaliger Chef zum Beispiel auch mal angesprochen worden war, ob er wüsste, was ich denn in meiner Freizeit tue und er einfach gesagt hat, ey, solange der hier einen geilen Job macht, ist mir das doch scheißegal, was der privat macht. Das ist eine super Einstellung. Ja, und ich glaub, genau. Und ich glaub, das fehlt manchen halt in unserer Gesellschaft und deswegen. Ja. Was mich abschließend interessieren würde, was würdest du anderen Puppies oder anderen bunten Vögeln da draußen raten, weil du hast sehr viel Erfahrung schon in der Szene gesammelt, du hast sehr viel hinter dir, was macht das Leben leichter? Einfach du selbst sein oder ihr selbst sein, egal ob ihr jetzt Probleme mit Bodyshaming habt oder egal, seid ihr selbst und, ähm, wenn ihr Bock habt und, äh, auch mal ausprobieren wollt, mit einer Maske, ähm, Pupply auszuprobieren, dann kann ich euch nur mal den, komm mal bei Fuß hier, euch den Flyer, ähm, den, ähm, unser ehemaliger Pupp Germany vom letzten Jahr halt entwickelt hat, ähm, ähm, das ist ein Flyer, der das Human Pupply einfach mal beschreibt und auch einfach mal, ähm, ich sag jetzt, ich sag immer, ich sag jetzt mal, ne, ähm, die Möglichkeit bietet, ähm, ähm, wie kannst du damit anfangen? Also einfach mal für viele ist der Anfang erstmal einfach auf alle Viere gehen und rumzubällen, ist ja für manche schon ein kleines Problem und dieser Flyer Pupply.de, ja, ähm, ähm, der, da ist der zu finden, ähm, oder auch in vielen Lokalitäten inzwischen, äh, äh, in Aids-Hilfen haben wir den Ausliegen, der hilft einfach mal zu, ähm, realisieren, was ist Human Pupply, wie kann ich damit anfangen, ähm, was gehört dazu, wie ist die Szene aufgebaut und ja, der hilft halt einfach und da sag ich einfach mal, guckt euch das an und ich würd mich freuen, einfach mal noch mehr von euch irgendwann betreuen zu dürfen oder mit euch über CSDs laufen zu dürfen und das macht einfach richtig viel Spaß. Superspannend, ich muss grad mal fragen, hat er, hat er die grad im Mund gehabt? Mhm. Sind das hier, sind das hier, sind das deine Bissspuren? Hä? Ich habe heute auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu gelernt, das kann ich, ja, also Quietschis gehören auch dazu, Spielzeug, also. Ach so, Quietschis. Also wenn ich, wenn ich zu Hause mit meinem, äh, Ball, wenn ich einmal so richtig in den Headspace reinfalle, dann kann das auch schon mal passieren, dass bei mir eine Vase, Tassen oder irgendwas, dann, dann spiele ich, dann, dann ist wirklich wie so ein Hund, dann wird gespielt, dann wird apportiert, also mein Freund, der wirft dann den Ball mal, äh, durch die Wohnung und dann springe ich einfach drauf los und dann. Läufst du oder krabbelst du? Krabbel, dann, dann bin ich auf allen Vieren, also wenn ich so richtig drin bin, dann bin ich auf allen Vieren. Und glaubt mir, das macht Spaß, das ist eine etwas sehr, sehr verspielte Art und ich glaube auch, manche werden mir beipflichten, dass das so ein bisschen so, auch ein bisschen so wieder das Kind nicht aus einem rausholt, was man so als Erwachsener irgendwann verliert. Wow, 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 was soll ich sagen? Jungs, ihr habt mir auf jeden Fall heute ein bisschen was Neues beigebracht, das kann ich, ähm, nicht anders beschreiben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch vor die Kamera getraut habt. Ihr wisst, da gucken gerade so viele Menschen zu, und noch mal, tut mir den Gefallen, egal wie skurril ihr das Ganze findet, ich bin ganz bei euch. Ich hab sowas auch vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Es ist eine Erfahrung wert gewesen, dieses Video zu schauen, ist eine Erfahrung wert gewesen und die beiden haben das freiwillig gemacht, das heißt, wir müssen denen auch den Respekt, den sie verdienen, dafür zollen. Wuff! Wuff, genau, darauf ein Wuff und hättet ihr euch nicht auf Instagram gemeldet, dann wären wir nie hier hingekommen, so. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr die Chance wahrgenommen habt. Boom, Faust drauf. Okay, Kralle, Faust drauf, genau. Und wenn ihr sagt, ey, ich bin mindestens genauso crazy unterwegs wie die beiden, dann könnt ihr das auch tun. Schreibt mir auf Instagram, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt die jetzt in die Kommentare an die beiden. Und die haben schon gesagt, die werden das beobachten, die Pappis werden da ein bisschen auf eure Fragen antworten. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.